Als Anwendungen für Bühnenwerke bezeichnete Koloman Moser seine Arbeiten für das Theater. Erstmalig stellt eine Ausstellung diese Werke in den Mittelpunkt. In ihnen spiegelt sich die gesamte künstlerische Laufbahn dieses 1000 Künstlers. Von der Grafik über das Kunstgewerbe bis hin zur Malerei. Abwechslungsreich und atmosphärisch. Bis 22. April im Theatermuseum.